Meinst du ich soll... Meinst du ich soll den Stunt versuchen? Ich bin zu blöd. Na. Sein? Hab ich auch schon. Dann wär schneller ist. Da ist wieder rechts einer reingelaufen in der Straßensperre. Hinter dem Ofen aber auch. Ab links. Läuft aber auf die Räume. Das ist glaube ich. Ich glaube nicht. Juhu. Hat geklappt jetzt dann. MP5. Und ein Javelin. Ich mach jetzt erstmal was gegen die Hubschrauber. Das stört mich. Helicopter. Kommandarkieter zur Front. Ist das schon in Ruhe hier? Car. Haft und Leak. Berwick 120. Ich bin hier in der Straßensperre. Der ID ist ganz gepflegt gelandet. wo bist du direkt rechts in der straßensperre ist der typ ja wenn jetzt wenn er links um die ecke gehst erwischt und von hinten läuft dadurch läuft weiter nach links dreht sich er guckt jetzt unter dem turm läuft nach links an der schranke entlang danke ich hole neo keine volksion mehr ja